willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute möchte ich euch darüber aufklären welche streamer euch in world of warcraft dragonflight also beziehungsweise ab mitte diesen monats die twitch drops präsentieren können denn das hat blizzard ja offen gelassen welche streamer da dabei sind welche nicht wir haben jetzt oder zumindest die wo w partner haben intern eine benachrichtigung bekommen wie es damit jetzt aussieht und ich denke mir jetzt einfach ich gönne euch die info jetzt mal diesbezüglich stand nirgendwo dabei dass blizzard nicht möchte dass das nach außen kommuniziert wird normalerweise gibt es da sonst immer eine sperrfrist zumindest im journalistischen bereich was so sachen angeht da kam nix dementsprechend gucken wir uns das ganze jetzt mal an dazu allerdings sei gesagt dadurch dass das interne nachrichten sind datenschutz und schieß mich tot kann ich euch die jetzt hier nicht präsentieren aber warum sollte ich euch anlügen also ich hoffe ihr glaubt mir jetzt an dieser stelle einfach mal und zwar sieht es so aus blizzard unterscheidet davon drop zu drop drop nummer eins dieses pad plus drop nummer zwei bekommt tatsächlich jeder streamer übrigens an der stelle gerne mir auch auf twitch folgen twitch.tv ich werde zusehen dass ich zu der zeit genug streame damit ihr euch theoretisch bei mir die sachen abholen könnt ihr müsst auch bei mir nicht zugucken oder sonst was machen macht das ding im hintergrund auf auf dem handy oder so dreht den sound runter keine ahnung und snackt euch darüber die mounts also ich biete euch die option an ich bin auch nicht böse wenn ihr euch dann nicht beteiligt oder sonst irgendwas sondern wenn ihr einfach nur die mounts abgreifen wollt dementsprechend gönnt euch herzlichst wie gesagt das kite pad gibt es als erstes ab dem 15 november blizzard hat da noch mal die zeiten wohl angepasst scheinbar kann man das jetzt ein bisschen länger holen als bis zum 18 november allerdings bin ich da noch nicht ganz sicher ob die zeiten final sind das verkündigt dann noch mal wenn da wirklich kurz vor der aktion wenn wir da stehen twitch drop nummer zwei der feldrake den gibt es auch bei jedem streamer zu holen wer hätte das gedacht den gibt es ab dem 28 november also wenn das addon raus kommt und dann das perpetual purple firework spielzeug ab dem 13 dezember das gibt es nur laut blizzard für ausgewählte streamer was das jetzt bedeutet wie die auswahlkriterien bei blizzard sind das kann ich euch definitiv auch nicht sagen leider ich wünschte ich könnte aber da haben sie sich noch nicht ausgekotzt auf gut deutsch ich könnte mir gut vorstellen also was mich wundert an der stelle real talk dass sie das ding hinter eine sperre setzen ich hätte eher gedacht dass es dann diesen drachen nur bei den allergrößten streamern zu holen gibt aber es ist das spielzeug was mich ehrlich gesagt am wenigsten interessiert aber gut möglich dass das dann halt nur bei großen streamern erstmal gold und den echo boys oder so liquid weiß ich nicht irgendwie sowas zu holen sein wird und dann kommen wir noch zu diesem ikka bot pad wofür ihr dem streamer egal wem ihr zuguckt der daran teilnimmt an der aktion wenn der wenn ihr dem zwei subs schenkt oder in seinem chat letzten endes schenkt ihr das dann ja viewern für 8 euro könnt ihr dann dieses pad bekommen da ist es so da hat blizzard gesagt dass twitch damit die aktion oder mit der aktion auf einzelne streamer zukommt ich weiß nicht wann sie das tun werden aber es soll wohl für so gut wie alle zur verfügung stehen und zur not kann man sich da wohl auch nachträglich bei blizzard bewerben wenn man der meinung ist man kann da auch dran teil oder sollte da auch dran teilnehmen dürfen aber also letzten endes nummer eins und zwei könnt ihr bei so gut wie jedem absnacken wenn ihr es bei mir machen wollen würde ich mich freuen wenn nicht wie gesagt gönnt es euch bei jedem anderen nummer drei wird reglementiert ich denke mal da wird blizzard wahrscheinlich wird das noch ein bisschen dauern bis sie sich da ausdrücken wer das bekommt und das ding sollte so wie es sich angehört hat jetzt auch keine zu großen voraussetzungen haben so dass ihr das auch bei eurem favorisierten streamer holen werden könnt auch wenn der vielleicht nicht so eine große reichweite hat hoffentlich letzten endes eine ganz gute lösung wie ich finde aber warum sie dann das eine ding hinter hinter einer schranke quasi verstecken also nur an ausgewählte streamer ich gehe mal stark davon aus dass das dann nur die bekommen mit der größten reichweite klar höchstwahrscheinlich werbezwecke also so kriegt blizzard halt noch mehr aufmerksamkeit wenn wir uns das jetzt mal angucken in alle kanäle wenn hätten wir denn da jinji der höchstwahrscheinlich nagura auch hydra höchstwahrscheinlich craft im deutschsprachigen raum würde mich stark wundern wenn der es auch nicht bekommt kungen wahrscheinlich auch ja klar also so die leute die man kennt denke ich die werden auf jeden fall bekommen ob ich da dazu zähle keine ahnung wenn ich es nicht krieg ist mir letzten endes auch komplett latte ich werde mir aber wahrscheinlich muss ja so oder so wen anders angucken weil ich mir höchstwahrscheinlich über meinen eigenen stream die belohnung nicht werde holen können zumindest wüsste ich nicht dass das geht ich habe mit den twitch drops noch wenig erfahrung aber wie gesagt ihr könnt euch die ersten sachen bei mir holen schaut gerne rein twitch.tv g6 gaming und ich werde das natürlich auch in die beschreibung packen dass ich für die twitch drops verfügbar bin aber ihr könnt wenn ihr sicher gehen wollt vielleicht das noch als kleine aufklärung ab wann hat denn ein streamer das nicht dass er irgendwas schreibt und dann ist es gar nicht verfügbar da ist es so natürlich können die leute das in die headline vom stream schreiben drops enabled das muss aber noch nicht heißen dass es auch aktiv ist zumindest im fall von overwatch oder den blizzard produkten muss es seine konten verknüpfen und ich kann das auch einfach reinschreiben in der hoffnung viewer abzugreifen aber es ist gar nicht aktiv aber ihr seht das dann hier rüber wenn ihr in den chat geht sollte hier mache ich jetzt mal aus wegen copyright und so dieses fenster aufgehen twitch drops und erhalte belohnung indem du a seagull beim spielen von overwatch 2 zuschaust das könnte ich jetzt theoretisch auch schon aktivieren und ich kenne es noch von lost ark da war es so da wurde mir mit der zeit dann auch angezeigt wie viel von diesen vier stunden die damals benötigt wurden ich mir jetzt schon reingezogen habe also wenn ihr das angezeigt bekommt geht auch auf mobile habe ich getestet dann seid ihr auf der sicheren seite dass ihr die twitch drops auch bekommt in diesem stream und damit dank fürs zusehen ich hoffe ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen ein bisschen für aufklärung sorgen damit bis zum nächsten video schönes wochenende euch und reingehauen bis zum nächsten video